Hey Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Video wird etwas besonderes und soll wirklich etwas machen, was ich noch nicht so viel gesehen habe. Aber, also, ja. Ich habe übrigens, das ärgert mich immer noch so, ich habe ein Video gedreht und das ging 25 Minuten lang. Und ich habe das irgendwie so eine Stunde lang oder so geschnitten, weil einfach so viele Outtakes drin waren. Und ich war so halt kurz davor, das hochzuladen. Und da wollte ich das exportieren, hatte ich keinen Speicherplatz mehr. Ja, und dann habe ich Videos gelöscht und dachte halt, ich habe es bei einem Movie geschnitten und dachte halt, dass, wenn ich halt die Sachen, also die Videos davon lösche, dann ist es egal, weil ich habe das Video ja schon geschnitten. Und dann habe ich die Videos halt gelöscht und dann wollte ich das Video gerade hochladen. Und dann stand da, dass die Dateien in dem Video nicht mehr da sind und, ja, waren sie ja auch nicht mehr. Und deshalb kam jetzt auch so lange kein Video. Aber jetzt wieder und jetzt erkläre ich euch mal, was ich überhaupt in diesem Video machen möchte. Und zwar werde ich mit so Büroklammern auf Sachen tappen. Und weil ich leider nur vier Büroklammern habe, ja, kann ich das nur mit vier Fingern machen. Ja, sehr traurig auf jeden Fall. Werde ich jetzt mal versuchen, irgendwie so an meinen Finger dran zu machen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Also, ich habe mir das so vorgestellt. Aber ich weiß nicht, ob es klappt. Eigentlich braucht man dafür auch größer. Tada. Oh, das fühlt sich irgendwie so an, als hätte ich so richtig geile Nägeln. Oh Gott, die ist zu klein. Oh Gott, ah, ich bin echt dumm. Tja, dann tschüss. Ja. Jetzt habe ich hier so drei Büroklammern an meinen Fingern. Und ich habe hier so viele Sachen einfach liegen. Weil irgendwie waren alle so cool. Also, alle waren so cool dafür. Und, ja, also, ich habe sehr, 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 sehr viele Sachen. Weil halt alle so cool waren. Ich glaube, das habe ich gerade schon mal gesagt, aber egal. Und wir fangen jetzt an. Und zwar weiß ich nicht womit. Okay, also ich denke, wir fangen jetzt hiermit an. Das ist ein... Ach, wie heißt das nochmal? Tannen. Hey, ich weiß, ich weiß gerade irgendwie den Dingens, aber ich weiß nicht. Also, ich weiß den Namen, aber er fällt mir nicht ein. Okay. Auf jeden Fall ist das eher eigentlich braun, aber... Ich weiß, ich weiß, ich weiß nicht. Aber draußen ist das so unheimlich. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Pfeifen hören könnt. Wo fällt jetzt was aus? Machen wir weiter. Das war jetzt ein bisschen kurz. Egal. Dann habe ich jetzt nächstes Weihnachtsdeko. Ich habe übrigens mein Zimmer so richtig schön weihnachtlich dekoriert. Also ich hatte letztens noch diese Herbstdeko so da. Da habe ich einmal, glaube ich, ein Video vor diesem Hintergrund da gemacht. Und die habe ich jetzt vor einer Woche oder so abgehangen. Und jetzt hängen hier überall so Zuckerstangen. Warte. So an meiner Wand. Und da, wo diese Blinden anzuhängen. Ganz viele Lichterketten. Ich liebe Lichterketten. Okay, also zurück zum Thema. Hier habe ich weitere Weihnachtsdeko. Co, 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 Co. Ja. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie die jetzt hier raus runter. Boels seitens Ja. Oh Gott, ich weiß gar nicht ab Das war's für heute. Als nächstes habe ich hier so einen Kaffeebecher, ich liebe Kaffee. Also nicht Kaffee pur, sondern nur mit ganz, ganz viel Milch und ganz viel Zucker und am liebsten mit Eiswürfeln. Also Eis-at-at-at-at Kaffee. Das ist eine große, 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 große. Das war's für heute. Okay, dann hab ich hier so ein Buch, Notizbuch, hab ich irgendwo gefunden. Also nicht auf der Straße, sondern irgendwo hier in meinem Haus. Und das ist so braun mit Leder. Und das ist so braun mit Leder. Und das ist so braun mit Leder. Und dann hab ich hier als nächstes so eine Hippie-Tasche. Ich weiß nicht, was das für ein Wunderschön ist. Sieht aus wie so ein Indianer. Keine Ahnung, wieso wir die haben. Aber ja, sieht auf jeden Fall wunderschön. Wunder, 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 wunder schön aus. Und dann ist es so braun mit Leder. Und dann ist es so braun. Und dann ist es so braun. Das war's. Das war meine Büroklau. Ich weiß gar nicht, ob man das hört. Machen wir weiter. Oh, meine Haare, die fliegen mir heute einfach nur ins Gesicht rum, sonst nix. Ach so, ok. Machen wir weiter. Und zwar, meine Haare, die fliegen mir heute einfach nur ins Gesicht rum. Davon habe ich hier vier Stück stehen. Schön Schneeblöckchen. Also, eigentlich mag ich Schnee. Nein, nein, nein. Ich mag keinen Schnee. Also, eigentlich mag ich Schnee. Aber dann mag ich es eigentlich wieder nicht, weil ich Reiter bin. Also, wenn man das so sagen kann. Und ich jeden Tag reiten muss. Und dann ist irgendwie Schnee richtig kacke, wenn es so dann kalt ist und alles so matschig. Und man dann auch so das wertun muss. So, nee, gar nicht schön. Aber so vom Aussehen und so wegen Schneeballschlacht und sowas mag ich eigentlich. Aber auch nur so ein bis zwei Tage lang. Danach mag ich kein Schnee mehr. Aber dann schnau ich noch. Und dann auch nur so. Und dann auch so. Und dann auch noch so ein bisschen. Das war's für heute. Und dann hab ich hier so eine Kugel. Guck, also im Kindergarten haben wir damit immer so, ich weiß gar nicht, nee gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer hat denn immer Sterepokke geholt? Weil da wird irgendwie immer so was gemalt oder so. Ich weiß gar nicht, wieso ich das hab. Doch, ich wollte damit mal Badebomben selber machen. Hat nur leider nicht funktioniert. Und, ja. Ich weiß gar nicht. Das war's für heute. Als letztes habe ich dann noch so eine kleine Minikamera, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin mir nicht sicher. Mein Zeigefingerding für die Blute. Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin mir nicht sicher. Das war es jetzt mit dem wunderschönen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, das war es mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Au revoir.